Hannes Stuck, der Hannes Stuck, der das Tempo vorgeben wird, ist noch in langsamer Fahrt unterlegt, der neben Timo Werner eben im Mannheim-Forsch mit dem 141 und Stuck, der beschleunigt gleich mal richtig los, Ampel ist noch aufgrund geschaltet, springt just in dem Moment um, Grün und Stuck, 1 davon, Frau Stibbler, Stibbler, 1 schon den Zeitplatz hier, wenn man seine Worte angeht. Stibbler, 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 Stibbler Stibbler, 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 Stibb Aus dem Ort im Anteil, wir gewöhnen noch an die Bilder, jawohl, es ist ein Haribo-Auto und dahinter ist der Porta Audi R8 mit Dennis Vostek auf der anderen Steuer. Und dann kommt der Hybrid-Porsche von den 740, jetzt sammelt in die Nordschleife einbieten. Während die Spitzengruppe in den Achsen war zum ersten Mal 2010 im Renten-Tempo einbieten, erklären wir jetzt mal offiziell die Langstrecke-Meisterschaft 2000 C für Eröffnung. Schlag auf Schlag, die Kameras wandeln uns dieses weiße Startgruppe ein, während aus der ersten als Porsche-Bereich in die Box kommt die Startnummer um 155, ein Hortenspiegel-Auto. Michael Jakobsen, der Startfahrer auf der 155, das Auto in Richtung Boxengast unterwegs, hat er auch sehr, man weiß nicht irgendwie, Trittschäden zu erkennen. Schauen, was da los ist. Die 10. Position war es für Georg Weiß, Michael Jakobsen, der kleinste Position in Berlin verloren. In der Hohenrein-Schrikade die zweite Startgruppe mit dem Portsetter von Livestrip.com Racing. Fabian Lenzer ist der ehemalige Junior der Langstrecke-Meisterschaft Kirsdian Regele im BMW 360i. Das sind die Portsetter dieser zweiten Startgruppe, die jetzt in diesem Moment auf Start und Ziel kommt. Und man versucht, den M3 von Thomas Kaffelner und Daniel Mordena mit der 210-Kauf zu beschleunigen. So geht es für die beiden Fahrzeuge lohnsam, nicht zum Anmessen der vierten Kaffelner. Und von Kaffelner und Mordena mit der 210-Kauf zu beschleunigen. So geht es für die beiden Fahrzeuge lohnsam, nicht zum Anmessen der vierten Kaffelner. Und von Kaffelnerpetriebern zu overwhelmed inherit,的 wrists der Kaffelner auscasen auf symbolfree quietly. So geht es für eine Sache, dass die Kaffelner-Kaffel, deine Fahrzeuge ist dieóm ONE R Kay Try das Außerdem haben, pass involv notable. So geht es für die Kaffelner Span lite Ein Georges und istuterб memeseiniger. So geht's für die zwei Zeitgekehr. So geht es beim Handys & Tor liegt's für den Kaffelner diesem говорить. Rheinland-Pfalz Der Fahrweiggang ist an dem Seat, der Audi ist vorbei am Seat, und dahinter dauert ein weiterer BMW E3 GTR, das Auto mit der 230 von Wolfgang Kürsten und die Obermann, die jetzt gemeinsam hier die über T30 in diese Schleife einbiegen. Da geht mein Honda, ist mein Haus nochmal, in den Kühlschrank, im Bereich des Rheinland-Pfalz-Burken, nein das ist kein Honda, das ist ein BMW 104, und genau genau, sie starten über 222, das sieht aus, als wäre, vorne ist irgendwas, und das Rad steht ein bisschen, da gerade das Autohäufer drin, ja, Feindelung vorne links zu erkennen, und das Rad vorne links, glaube ich, ist ein bisschen motivationslos, dort im Rathaus steht 222. Hier, ein Bereich des Rheinland-Pfalz-Burken, das ist ein Rheinland-Pfalz-Burken, genau, hier in Bernhard, das ist ein Rheinland-Pfalz-Burken, hier, der aufgeholt ist, soll er, Mantol Racing Honda in 2000, den wir als Räder vom Rheinland-Pfalz hatten, das ist der Stapel 3m-Pfalz im Serienwagen, und der Kundenbauer Andreas Herbert im M3 suchen, die Flucht nach vorne, dort hinter der Kühlschrank des Z4, von dem Racing CO2, Andreas Höhen, von dem Racing CO2 zu er면. Und der Schrank war das Rad mit der Schrank in 2000, der Schrank in 1000 Jahren wurde, bei der Schrank eröffnet wurde, dass wir hier nicht alle Kühlschrank bei der Schrank sind. Die Sch emotivathie ist ein Rheinland-Pfalz, das ist ein Rheinland-Pfalz, der Kühlschrank durch die Schrank in側, Und jetzt sind die vier Scherner auf die Strukturen anzubauen. Weitere geht es in der Köln-90. Ich schätze mal, das war eine sehr frühe Nachspannung. Ich würde es jetzt schon mal in der Mitte kommen. Ich habe eine Interaktion, die da wieder gebraucht haben. Die Strukturen sind in der Köln-90. 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 Weitere B&B sind hinten dran. Das ist gut, zu guten Damen und Winschancen zu folgen, welch in Rheinland-Falz-Bund. Es wird gespielt. Die Strukturen sind in der Köln-90. Die Strukturen sind in der Weltnauer ein. Vor der WK-Schikale. Die Strukturen sind in der Köln-90. Die Strukturen sind in der Köln-90. Und dahinter das kühle Z4-B.